Es ist Sonntag, hier ist MobilePoint und das sind die Themen. Los geht's! Apple will nun die Reparaturen für das allererste iPhone einstellen, das iPhone, das den Smartphone-Markt erst ins Rollen gebracht hat. Durch dieses erste Touch-Handy der Welt wurden die Handyhersteller erst gezwungen, ihre Konzepte komplett zu überarbeiten und zu überdenken. Nun wird das Gerät, welches mittlerweile sechs Jahre alt ist, offiziell obsolet. Apple stellt die Reparaturen dafür ein. Unter der Leitung von Jonathan Ive soll die Benutzeroberfläche von iOS 7 ein komplett neues Design bekommen. Radikal überarbeitet werden sollen die ganzen Standardanwendungen, so wie generell die Benutzeroberfläche. Diese Änderungen sind wohl so radikal, dass sich der Release von iOS 7 auf September verschieben wird. Vor kurzem sind angeblich Bilder des Motorola X-Phone aufgetaucht. Diese Bilder zeigen ein Smartphone in einer Schutzhülle. Diese dient wohl dazu, das Smartphone vor neugierigen Blicken zu schützen. Ob es sich dabei tatsächlich um das X-Phone handelt, werden wir vielleicht schon im Juli sehen. Dann soll das Ganze angeblich kommen und zwar in 20 verschiedenen Farben, unter anderem mit 2 GB RAM, 32 GB Speicher und einem 4,7 Zoll Display. Apple verzeichnet bald über 50 Milliarden Downloads im iTunes App Store. Aus diesem Grund verlost Apple einen iTunes Gutschein im Wert von 10.000 US-Dollar. Dieser wird verlost an denjenigen, der die 50 Milliarden App herunterlädt. Die 50 folgenden Downloader kriegen jeweils einen iTunes Gutschein im Wert von 500 US-Dollar. Das war es auch schon wieder mit Mobile Point. Ich hoffe es hat euch gefallen, wenn ihr abonniert, kommentiert, favorisiert, was auch immer. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schöne Nacht, was auch immer und sage hiermit Tschüss.